Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema in der Digitalisierung brauchen wir nicht noch mehr Architekten, sondern smarte Ingenieure. Ich melde mich zurück aus einem Kurzurlaub, deswegen will ich diese Podcast-Folge, die mir persönlich sehr wichtig ist, noch nachliefern. Und wir werden heute in dieser Folge klären, warum die Digitalisierung deiner Organisation bzw. deinem Unternehmen nicht gelingt bzw. nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt. Wird vielleicht ganz interessant. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß mit dieser Folge. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, müssen wir erstmal klären, woran merken wir denn eigentlich, dass unsere digitale Strategie nicht funktioniert im Unternehmen. Und ich habe mir mal so vier Punkte aufgeschrieben. Die Liste kannst du natürlich beliebig ergänzen und die Prioritäten nach deinem Dafürhalten entsprechend verschieben. Punkt 1 auf meiner Liste. Keine merkliche Umsatzentwicklung durch die Digitalisierung in deinem Unternehmen. Punkt 2 auf meiner Liste. Die Prozesse fühlen sich komplizierter an, als sie vorher waren. Punkt 3. Technische Entwicklungen werden vom Kunden nicht angenommen. Auch ein interessanter Punkt. Und Punkt 4. Frustration bei den Mitarbeitern in deinem Unternehmen. Wie gesagt, die Liste kannst du beliebig ergänzen und die Prioritäten entsprechend ordnen. Wenn dich das Thema interessiert und du vielleicht in diesem Problem, die ich gerade aufgezählt habe, dich wiedererkennst, dann schau doch mal vorbei bei uns auf der Plattform. Die Digital Leadership Masterclass geht genau diesem Problem auf den Grund und liefert die entsprechenden Lösungen für dein Unternehmen. Jetzt müssen wir aber irgendwie rausfinden, und dabei möchte ich euch so ein paar Anregungen heute geben, warum das mit der Digitalisierung nicht so ganz hundertprozentig geklappt hat. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wo kommen denn deine Digitalexperten her? Und wenn ich so in den Unternehmen nachfrage und sage, wie habt ihr das denn bisher gemacht, wie habt ihr euch dem Thema Digitalisierung geöffnet oder überhaupt genähert, dann haben die meisten gesagt, naja, was haben wir gemacht? Wir haben bei Google recherchiert, wer kann uns helfen bei der Digitalisierung? Und bei Google erscheinen nun mal auf den ersten beiden Seiten die Unternehmen, die am meisten Geld dafür ausgeben, dort gelistet zu werden. Ganz einfach. Das heißt, die Hidden Champions, die richtig guten, vor allem leisen Digitalexperten, die sind dort nicht zu finden. Und die hast du in der Regel, und das ist der zweite Punkt, auch nicht in deinem Umfeld. Nicht unbedingt. Kann sein, muss aber nicht sein. Also wie weißt du eigentlich, wen du brauchst und wer dein Digitalisierungsprozess oder vielleicht sogar dein Transformationsprozess im Unternehmen gut von außen mit begleiten kann? Und ich habe deshalb in der Headline dieser Podcast-Folge über Architekten und Ingenieure gesprochen, weil ich privat mit meiner Frau baue. Und da gibt es einen tollen Satz, der uns irgendwie zugeflogen ist, der da heißt, der Architekt sorgt dafür, dass dein Haus schön wird. Der Bauingenieur dafür, dass es stehen bleibt. Und wenn ich mal so 15, 20 Jahre zurückdenke, da ging es wirklich darum, dass Marken gut aussehen mussten. Wirkung, Sichtbarkeit, all das. Das ist heute immer noch wichtig, ohne Zweifel. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass das in Zukunft auch technisch funktioniert. Und deswegen ist dieses Thema Architekt und Ingenieur so abzuwägen, wann du wen brauchst und wann du vor allem smarte Ingenieure brauchst, wenn es um die technische Umsetzung geht. Und ich habe mir mal überlegt, was macht denn so ein Architekt aus? Also zum einen haben wir mal die künstlerische Veranlagung. Also ein Architekt gestaltet er und sorgt für eine gewisse Ausdrucksfähigkeit. Wenn wir das auf Marken projizieren, auf Unternehmensmarken projizieren, dann geht es tatsächlich um Wirkung. Aber der Architekt hat natürlich auch handwerkliches Geschick. Gut, der Architekt geht auf die Baustelle und erklärt dem Handwerker durchaus, wie ein Problem zu lösen ist. So ist es nicht. Der Ingenieur ist allerdings technisch orientiert, also aufgeschlossen gegenüber Themen wie Wirtschaft, Umwelt, Nachhaltigkeit. Also diese ganzen technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge macht der Ingenieur aus. Und wenn du davon mehrere dieser Hidden Champions hast, diese Digitalexperten hast, dann gelingt so ein digitaler Transformationsprozess eher. Das sind aber nicht die, die unbedingt bei Google viel Geld ausgeben für Werbung, um sichtbar zu werden. Und das sind auch nicht die, die du vielleicht in deinem Umfeld hast. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Lieblingsprogrammierer, der mit den Rasterzöpfen aus Berlin. Der sagt, hey Norm, schön, dass du anrufst. Wie können wir mit dem nächsten Projekt, was du mir gleich erzählen wirst, die Welt retten? Der macht keine Werbung bei Google. Der ist so gut, der wird angerufen. Und den hast du auch nicht unbedingt in deinem Umfeld, weil das eher ein Nerd ist. Also eher ein Technikexperte, der dir irgendwann mal begegnet in irgendwelchen Digitalprojekten. Oder ich erinnere mich an einen Marketer, den du nur remote in deinem Projekt involvieren kannst. In der Nähe von Moskau wohnt, irgendwo im Outback. Und für die größten Werbeagenturen gearbeitet hat. Also der schickt dir dann eine Präsentation, 20 Seiten und da sind die wildesten Ideen drauf. Und irgendeine davon wird es dann am Ende. Also ganz verrückte Leute. Oder zwei Techniker aus München, die ich kenne, die für den Campus Verlag Bücher schreiben, keinen einzigen Cent in Werbung investieren. Also nicht bei Google gelistet sind und die du ganz sicher auch nicht in deinem Umfeld haben wirst. Weil sie so sehr spezialisiert sind, aber mit denen Projekte zu machen ist ein Genuss. Also wirklich, das ist einfach ein super professionelles Arbeiten. Die Leute wissen einfach, was sie tun. Das macht dann einfach Spaß, wenn du solche Leute in deinem Team hast. Und von denen rede ich heute, von diesen Digitalexperten rede ich heute. Was es zu beachten gilt, und das ist im Grunde das Verständnis, für das ich immer werbe, wenn ich in solche digitalen Projekte komme, ist, dass die digitale Transformation eines Unternehmens etwas Einzigartiges ist. Du kannst es also nicht mit Systemen lösen. Du kannst es nicht mit, hey, guck mal, wir haben das so gemacht oder ich habe das immer so gemacht bei den Unternehmen. So machst du es am besten auch, eben nicht. Sondern das ist etwas Einzigartiges, etwas Individuelles. Und es ist vor allem eine technische Aufgabe. Also Technologie, Verständnis im Management ist eigentlich das Nonplusultra. Das ist eigentlich, also ohne dass jetzt der Manager, der Projektverantwortliche für den Digitalisierungsprozess in deinem Unternehmen, jetzt bis ins kleinste Detail alles verstehen muss. Er muss die Zusammenhänge begreifen und vor allen Dingen in die Zukunft ausgerichtete Perspektiven einnehmen können. Und das ist das A und O. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Um es auf den Punkt zu bringen, was du brauchst, sind smarte Ingenieure, die multidimensional denken können und ein, und das ist wichtig, ein ehrliches Interesse an deinem Erfolg haben. Ein ehrliches Interesse an deinem Erfolg haben. Und mit Erfolg meine ich, dass die digitalen Prozesse eben genau diese Themen lösen, die du ganz oben auf deiner Problemliste stehen hast, beziehungsweise die du priorisiert hast. Kennst du den Satz, Mittelmaß inkludiert immer das Risiko der Austauschbarkeit? Ich wiederhole den Satz nochmal. Mittelmaß inkludiert immer das Risiko der Austauschbarkeit. Stell dir vor, du entwickelst eine Plattform oder eine Software oder eine App oder was auch immer Technisches. Und du bietest das deinen Kunden an. Und dieses Projekt ist nicht in Langfristigkeit ausgerichtet, in die Zukunft, in die Skalierbarkeit. Ob das jetzt Schnittstellen sind, ob das Weiterentwicklungen sind, Innovationssprünge sind auf deine Roadmap. Oder ob das Kundenkommunikation ist. Oder auch die Berücksichtigung oder Integration von Communities, als Multiplikatoren für dein Projekt oder was auch immer. Denk dir irgendwas aus. Wenn das eben nicht berücksichtigt wird in die Zukunft hinein, dann ist dein Angebot eher kurzfristig ausgelegt. Es wirkt temporär. Du löst damit temporären Problemen in deinem Unternehmen. Das ist das Gefährliche, weil das wiegt dich in Sicherheit. Deine Plattform, die du gebaut hast, die funktioniert im Moment. Im Vertrieb. Deine Kunden lieben es. Die lieben diesen Prozess. Aber er wirkt eben nur temporär für einen gewissen Zeitraum. Er ist nicht auf die Zukunft ausgerichtet, wenn du diese Zukunftsstrategien eben mit deiner Plattform nicht mit berücksichtigt hast. Wo geht denn die Reise hin? Denken wir an Kryptowährung, NFTs. Denken wir an Dezentralisierung. Denken wir an Datenspeicherung. Denken wir an Metaverse. Was auch immer. Gerade so an Buzzwords hier um uns herum fliegen. Und das ist vielleicht noch alles ziemlich weit weg. Aber das kann eben auch morgen ziemlich schnell da sein. Wir denken an Corona. Umfeld verändert sich relativ schnell in wenigen Tagen, wenigen Wochen. Wie schnell kannst du mit deiner Plattform reagieren? Also wie zukunftsfähig ist das Produkt? Und wenn das nicht mehr vom Kunden angenommen wird, dann ist die Investition, die du heute getätigt hast, mit der du dich gerade richtig gut fühlst, morgen schon nichts mehr wert. Und das ist das große Risiko von Digitalprojekten. Die Entwertung in wenigen oder kurzen Zeiträumen. Das heißt, welche Fähigkeiten, und das ist im Grunde das Fazit der heutigen Podcast-Folge, welche Fähigkeiten musst du extern einkaufen? Ich würde meiner persönlichen Meinung immer investieren in das ganze Thema Research, Marktforschung und vor allen Dingen innerbetriebliche Recherchen. Also dieses Matching aus dem Know-how aus deinem Unternehmen. Ihr kennt die Kunden, die Zielgruppen perfekt. Aber auch in die Zukunft gerichtet, mal in die Marktforschung zu gehen und zu sagen, okay, wie sieht denn die Zielgruppe der Zukunft aus? Ruhig auch mit disruptiven Gedanken arbeiten. Der zweite Punkt auf meiner Liste ist das Thema Erfahrung in der Umsetzung von Digitalprojekten. Und damit meine ich nicht, dass du dir, jetzt überziehe ich wieder und gehe zurück um mein Beispiel, einen Architekten holst, der gesagt hat, ich habe schon mal eine Website umgebaut oder ich habe schon mal eine Plattform gebaut. Sondern ich rede immer von dieser Multidimensionalität eines smarten Ingenieurs. Also inwieweit hat die Plattform Auswirkungen auf meine Community, Auswirkungen auf meine Kommunikationsstrategie, Auswirkungen letztendlich in meiner Digitalstrategie? Also Erfahrung in der Umsetzung von Digitalprojekten. Unbedingt einkaufen, wenn du es nicht hast, oder zumindest Perspektiven einkaufen. Du musst ja kein Management einkaufen, aber zumindest jemanden, der von außen drauf schaut und dir nochmal eine andere Sichtweise gibt. Wichtig. Und ein innovatives Management. Innovationen können im Unternehmen entstehen, müssen aber nicht. Das, was du im Unternehmen vielleicht für innovativ hältst, ist es vielleicht gar nicht nach außen. Ist es vielleicht gar nicht in der Betrachtung der Zukunft, weil du musst dich mit der Zukunft beschäftigen. Und im Unternehmen, weiß ich selber, habe ja viele Jahre auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, konzentrierst du dich auf die Innovation aus der Perspektive des Unternehmens, also von innen nach außen. Du musst aber auch die andere Perspektive von außen nach innen beleuchten. Und sagen, okay, wie entwickelt sich meine Branche? Wie entwickelt sich mein Markt? Wie entwickelt sich die Zielgruppe? Wie entwickelt sich die Kommunikation in der Zielgruppe? Wenn die morgen alle auf TikTok sind, ist deine ganze Kommunikationsstrategie in den sozialen Netzwerken bei Facebook halt irgendwie obsolet. Oder deine Zielgruppe ist älter geworden. Du glaubst, die TikToker sind alle 13, aber in Wirklichkeit sind die 25 und hochrelevant als Zielgruppe für deinen Markt oder für deine Branche. Also diese Abwägungen sind mir wichtig, deswegen ein innovierendes Management von außen mit dazu zu holen und als Bestandteil deines Teams zu sehen. Also nochmal, die drei, weil die sind echt wichtig. Also innerbetriebliche Recherche bzw. Marktforschung, also innen schauen und außen schauen. Immer dieses Wechselspiel. Ihr merkt, es hat System. Dann die Erfahrung in der Umsetzung von Digitalprojekten. Also nicht nur von Einzelprojekten, sondern in der multidimensionalen Ansicht. Das macht es ein bisschen komplizierter. Und deswegen ist dieser Blick von außen so wichtig. Und was du dir einkaufen solltest, ist ein innovierendes Management. Also wirklich nicht nur zu schauen, wie kann ich mein Produkt innovieren, sondern am besten jemanden holt, der sagt, hey, der Markt wird sich in fünf oder in zehn Jahren drehen. Wir müssen jetzt schon in diese Richtung steuern. Wir müssen jetzt schon was dafür machen. Und deswegen ist deine Roadmap für deine technologischen Entwicklungen, für deine Produkte, für deine Plattform, was auch immer, extrem wichtig. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir geholfen hat. Freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und freue mich noch mehr, wenn du bei uns auf der Plattform schaust und in die Kommentare mal deine Erfahrungen zum Thema Digitalisierung deines Unternehmens einträgst. Positive wie Negative. Können wir was von dir lernen? Teilt das gerne mit uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.